Verehrte Gäste, liebe Frankfurterinnen und Frankfurter, hinter uns liegen drei Tage voller Kunstgenuss, Musik, kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt und einzigartigen Kulturerlebnissen. Im Jahre 1988 wurde erstmals die Idee realisiert, mit einem großen Fest die Museen und Kulturschaffenden unserer Stadt zu feiern. Heute ist das Museumsruferfest eines der bedeutendsten und größten Kulturfestivals in Europa. Mit viel Kreativität und beispiellosem Engagement schaffen es Museen, Bühnen und Projekte alljährlich die Besucherinnen und Besucher zu begeistern und ein vielfältiges und spannendes Programm zusammenzustellen und dabei immer wieder für Überraschungen zu sorgen. Wir, die Tourismus- und Kongress-GNBH Frankfurter Main, danken allen Partnern und Helfern. Besonderer Dank den Frankfurter Museen, die im Zentrum dieses Festivals stehen. Zum krönenden Abschluss des Museumsruferfestes 2019 wünschen wir Ihnen nun viel Vergnügen beim spektakulären Musikfeuerdagen. Herzlichen Dank für Ihren Besuch und bis zum Museumsruferfest 2020. Vielen Dank. Vielen Dank.